Und das war die erste Halbzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeitzeit Riesner SC und dem LSV Tauscher 2 zu 0. Totschützen mit der Nummer 20 Tino Wecker und mit der Nummer 17 Christian Reunberg. Riesner SC und dem LSV Tauscher 2 zu 0. Riesner SC und dem LSV Tauscher 2 zu 0. Riesner SC und dem LSV Tauscher 2 zu 0. Riesner SC und dem LSV Tauscher 2 zu 0. Riesner SC und dem LSV Tauscher 2 zu 0. Riesner SC und dem LSV Tauscher 3 zu 0. Riesner SC und dem LSV Tauscher 3 zu 0. Riesner SC und dem LSV Tauscher 3 zu 0. Stehen! 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 All right. Geh, 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 geh! Geh hart! Komm, komm, Alex! Guten weekend! Ein hoch! 2unky 1,5m Get some! 3,4m Exactly! 行 ile 3 sú Jawohl! Das war das 3 zu 0 Pelle in Dresden SC. Tor-Schütze Pelle Nummer 20 mit dem Kopf des Ostens, Tino Becker. Ja! Oh, Schade. Komm, jetzt kommt der eine mit, komm, er geht weiter, komm, er geht weiter, komm, er geht weiter. Komm, er geht weiter, komm, er geht weiter. Komm, er geht weiter, komm, er geht weiter. 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 Fahre! Fahre! Weile Erste! Und jetzt wieder in den Luft! Danke! Sehr gut, Alex! Ich höre es wieder. Fahre! Fahre! Applaus Tiefen! 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 Bein! Wohin? Nein! Mach's! Echt? Komm, komm nochmal richtig an den Mann stillen. Haltet noch mal dagegen! Ach, Scheiße, Jemma! Schade. 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 Ja. Scheiße. Ich krieg mein Herz an. Aber nicht mehr auf uns verteidigen, wie wir ihn können! Wir haben ihn nicht mehr auf uns verteidigen, sondern wir haben ihn nicht mehr auf uns verteidigen.